Aber jetzt sind ja hier meine Schiffe da, wenn der Blake jetzt mal da ist, dann kann ich es ihm auch verkaufen. Ich weiß. Na? Ja, ich sehe es. Ich kann dir kein Geld geben, meine Gute. Wie schaut es eigentlich hier aus? Kohle ist viel da, Eisen ist auch viel da. Schiff vom Stapel gelaufen. Das hätte ich selbst ver... Haben wir ein Defizit? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir kein Defizit. Ah ja. Hier brauchen wir... Das Kriegsschiff haben wir doch auch nicht. Aber wir haben jetzt eine kleine Fregatte. Die wird das auch erledigen, für uns. Schiff vom Stapel gelaufen. Wunderbar. Kann ich hier unten eigentlich auch? Eisen, Eisen und Erz. Hieran sind Erwartungen geknüpft. Woran sind Erwartungen geknüpft? Ich hab grad nicht aufgepasst. I'm so sorry. Oh. Ich muss ja jetzt wieder... ...reparieren. Sonst läuft hier ja überhaupt nichts. Hm, dann brauchen wir noch... ...ein Lagerhaus. ...zack. ...zack. Wir können mal wieder... ...n bisschen... ...piganzspritze... ...wenn's darauf bestehen kann... ...möchte ich... ...ach herrje... ...ne, ich hab quasi keine andere Wahl. So, was fehlt mir jetzt hier? Ziegelsteine. Bereit für neue Befehle. Dann lade mal ein paar Ziegelsteine ein. Holz können wir bestimmt auch brauchen. Ja... ...kriegen wir auf den Teil runter. Ihr seid völlig... ...hoffnungslos überarbeitet, wie ich seh. Oh, da schmeißt der das einfach über Bord. Das ist ja auch was. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ach, Kohle. Klar. Entschuldigung. Ach, da fehlt uns jetzt auch. Meier. Och, und das Geld... ...wo ist denn jetzt schon wieder unser Geld hin? Äh. Wo sind wir denn hier? Sind unterwegs. Also, ich versteh gar nicht, warum wir hier... ...oder, warum ich hier die ganze Zeit solche Finanzprobleme hab. Das hab ich ja sonst nicht. Dabei hab ich hier immer noch alles, ähm... Ach ne, das läuft ja alles wieder. Eine Gedankenpause? Ja... Zwangsverordnet. Weil jetzt buckt das grad nicht rum. Das ist... Äh... Ja... Ich hab's befürchtet. Ich fürchte dieses Spiel... ...also... ...dieses freie Spiel, das läuft aktuell einfach so gar nicht gut. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Normalerweise bin ich da doch... ...deutlich besser. Aber irgendwie kommen wir hier aus unseren Anfangsschwierigkeiten einfach nicht heraus. Ich weiß gar nicht, woher ist. Ich weiß nicht, woher ist. Wir sind und sind in den Schiff. Wir sind nicht so... Dramatische Musik. Ah ja, da sind wir wieder. Ja, okay, das ist aber so ziemlich dasselbe Problem. Alles etwas unglücklich. Für alles, was ich hier fände, gebürtet. So eine beeindruckende Vegetation. Ich muss dir danken. Ich muss mir auch ab und zu danken. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Oh, das ist doch die Stelle, ja genau, wo wir noch... Ihre Majestät und ich sind sehr dankbar. Na ja, vielen Dank. Und da sind jetzt meine Weitschiffe wieder. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Genau, jetzt fackt es auch gerade nicht rum. Ich verstehe es nicht. Ihre Majestät ist... Neue Befehle? Na ja, bist du auch da? Nein. Doch. Da ist noch ein Zufau gewesen. Ihr nicht? Warum so gemein? Weil ich kein Geld habe. Ich bin quasi chronisch pleite im Moment. Da habe ich kein Geld für sowas übrig. Schiff vom Stapel gelaufen. Kann ich hier irgendwen glücklich machen? Jawohl. Nobola. Euch kann ich schon mal glücklich machen. Und euch hier auch. Das kann ich wieder aufbauen. Und hier auch. Ist attraktiver geworden. Ja, weil es keine Ruinen mehr gibt. Das kann ich sogar nachvollziehen, dass das doch etwas schöner ist. Ah, jetzt habe ich keinen... Habe ich quasi einen Holzmangel. Schiff unter Beschuss. In die Takelage. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah ja, genau. Du kannst jetzt... Das hier aufnehmen. Und stellen Sie etwas Sinnvolles damit an. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Äh... Das hast du dir mehr als verdient. Da. Oh, das ist ihr mir alle Geld schenkt. Schiff unter Beschuss. Das ist natürlich sehr großzügig. Es ist zwar keine Lösung für das Problem. Aber ja. Schiff unter Beschuss. Und was fehlt es euch denn jetzt hier an Wurscht? Wurscht und Brot. Warum verhielt es denn wieder an Wurscht und Brot? Okay. Dann machen wir da nochmal eine Wurscht. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Metzgerei. Doch. Nein. Ach. So, ah, Mist. Oh, Mist. Oh, jetzt ist das auch noch beschädigt. Das ist mir doch mein einziges Einkommen hier. Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Was habe ich? Das frage ich mich auch immer. Die Luke vom Lager geht... Wann geht's hier denn mal weiter? Schauen wir mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Seid ihr denn hier glücklich mit euren... Besser man denkt nach, bevor man den Mund aufmacht. Nähmaschinen habt ihr genug, Pelze fehlen euch ja. Aber Pelze? Kriege ich die nicht von ihr? Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Warum haben wir denn jetzt hier so Extreme und Kosten? Ich sehe es doch schon kommen. Wir sind jetzt gleich wieder pleite, weil wir auf einmal irgendwelche so extreme Ausgaben haben. Aber warum? Ich habe meine Familie bei mir. Was will man mehr? Undank ist der Welt ein Lohn. Mhm. Dein Leben ist halb gelebt. Äh, was ist denn hier oben passiert? Pelze, aber wo kriege ich denn die Pelze nochmal her? Die kriege ich doch von einer meiner Inseln. Schiff vom Stapel gelaufen. Wahrscheinlich von ihr. Ja. Äh. Okay. Hm. Ja, was machen wir denn da? Ich finde das schon sehr ernüchternd. Ich glaube, ich starte einfach nochmal ein komplett neues Spiel. Hm. Oder die spielen die Kampagne. Ich glaube, ich fange mal mit der Kampagne an. Oder? Hm, hm, hm. Ach. Bleiben wir aber im freien Spiel. Wenig Hilfe. Ich nehme mal ihn. Genau, diese nehmen wir alle mit. Dann nehmen wir auch alles mit. Ah, spielen wir es mal auf normal. So.